Wenn ich da hin und da war immer David da, immer die ganzen Jungs, von wo kommst du? Bruder, von der Baustelle. Und David immer so trainierst du aber weiter, oder? Ja, korrekt, man. Bruder, David ist so ein korrekter Mensch. Bis heute, wenn ich ihn sehe, er sagt, weißt du noch, wo du noch auf dem Bau gearbeitet hast?